heute will ich euch wieder mal mit zwei clips versuchen einmal ein unglaublicher plus ffa sniper win und dann will ich euch doch eure entzüge mit einem fallguys win verwöhnen hier wie ihr seht musste ich alles dafür tun um jede platte zu nutzen und ich habe in der letzten millisekunde sogar tatsächlich gewonnen obwohl ich einen fehler gemacht habe oder beziehungsweise obwohl meine x-taste halt gebackt hat ich konnte ich springe ich konnte nur noch am schluss hechten ihr seht das dann auch gleich und das war einfach nur ein block der der letzten millisekunde noch gewonnen ja da will ich sagen danke fürs zuschauen ihr kennt mich auch swiss wurde es für sie wurde dukt die 1 ja 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 ja